Hallo und willkommen zu einem Update-Part und wir fütteln jetzt mal diesen, wie heißt der? Paraparte. Die Animation wird total geil. Den haben wir in dem einen. Und guck, ihr wisst ja, ich nehme jetzt alles auf. Ich nehme ein paar Sachen auf. Ich habe von lange nicht mehr aufgenommen. Der hat jetzt irgendwann mit Pedro aufgenommen worden. Ich glaube der 6. oder 7. oder so. Schönes Gehege. Gucken wir uns den mal genauer an. Uh, der Keller. Gibt es sowas in Ordnung? Ich will nicht. Hier ist noch der Städtersturm. Zip, 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 zip. Komm, jam. Und die Animationen werden immer cooler. So, ich habe leider nur einen davon. Weil ich mir ja sowieso noch nicht freigespielt habe. So, der steht jetzt hier. Von den haben wir jetzt bekommen. Den haben wir jetzt auf Stufe 30. Spinosaurier haben wir. Spinosaurier haben wir. Den haben wir jetzt auch auf Stufe 30. Wir haben wieder einen Spinosaurier. Spinosaurier. Den haben wir jetzt auch. Genau, den habt ihr für ihn. Wir haben jetzt auch so einen. Dann geht es natürlich hier hinten weiter. Wir haben jetzt auch den da. Wir konnten uns theoretisch nicht mehr in diesem Teil. Aber das ist halt so eine Kreuzfilm aus Stegensaurier und Triceratropf. Den haben wir jetzt auch. Ich glaube, hier habe ich weniger verändert. Sind es immer noch Level 29. Ich höre ich ja an diese Einstellungen mit. Der muss schon nicht weiterkommen. So, den haben wir jetzt. Kennt ihr ja. Dann haben wir noch den dazu bekommen. Den da können wir eigentlich noch mal weiter auftunen. Dann haben wir halt den noch hier. Ich bin so mit Gallo. Und so langer. Und dann noch zu Schock. Nice, gell? So, ja, das war es eigentlich schon. Hier haben wir noch. Nee, ich wollte jetzt eigentlich nicht. Achso, wir haben sowieso viel Geld und so. Hier haben wir noch die alle hier, die wir ausbuden können. Die coolen habe ich wie gesagt schon alle ausbudet. Den haben wir noch. Wir haben jetzt schon zwei Kürzungen. Wobei könnten wir uns einen neuen von denen da holen. Und mal vergleichen sie mal. Spinosaurier geht so hoch. Und der tritt Cerratops geht so hoch. Obwohl er Spinosaurier die Kürz spielt. Weil er tritt Cerratops halt jeder am Band holen. So, ja. Ein Pippchen haben wir jetzt. Genau, wir haben jetzt einen neuen dazubekommen. Den bekommt man normalerweise erst ab 21. Danach gibt es noch einen coolen. Geil. Flugsaurier, jetzt die alle. Pflanzenfässer. Haben wir jetzt auch hier so einen seltenen. Und hier. Was ist da das letzte? Okay, so eine. Gut, das war's würde ich sagen. Ich bin bei den ÖN1. Habt Fun. Mal gucken, was wir als nächstes machen. Und wir beenden den Part natürlich. Ich finde den sogar cooler als den neuen Neuesaurier. Wir beenden den Part natürlich mit dem kleinen Bass-Tier. Das hat die Eintracht gemacht. Und wir machen auf derасть. Was ist da? Die ÖN1 habe es. Die ÖN1 haben wir vorhin rum. Das ist doch gar nicht mehr.